Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du draufgeklickt hast. Ich bin heute im Kempinski Hotel auf Malta, besser gesagt auf der Enz-Logotso. Und ich würde sagen, wir starten mit einer kleinen Rumtour, dann eine Tour durchs Hotel und am Ende des Videos natürlich mein Fazit vom Aufenthalt hier. Das Wohnzimmer lädt einen zum Verweilen. Es ist sehr groß mit Sofa, ebenso auch ein großer Essbereich und eine riesen Küche, wo man eben selbst kochen kann, sich damit selbst versorgen kann, aber natürlich auch Sachen einkühlen kann, denn der Kühlschrank ist sehr groß. Im Schlafzimmer haben wir ein ganz, ganz großes Bett, im Balkon natürlich auch wieder TV, Schreibtisch, alles was dazugehört und das Badezimmer sehr geräumig. Es war wirklich riesengroß mit zwei Waschbecken, große Badewanne und schöne Dusche. So macht das richtig Spaß. Aber schauen wir uns doch einfach mal die Aussicht vom Zimmer aus an. Und es war traumhaft. Die Sonne hat morgens schon mich im Bett geweckt und hier mit Blick auf die gigantische Palmen- und Poo-Landschaft. Also so stellt man sich doch wirklich einen Urlaub unter Palmen vor. Aber gehen wir doch mal zum Haupteingang. Hier, wie ein Palast, schreitet man durch das Kempinski Hotel in eine wirklich eindrucksvolle Lobby. Ein bisschen altmodisch, alles ein bisschen sehr klassisch gehaltener. Und hier seht ihr diesen ganz großen Bereich mit der hohen Decke. Also das ist schon sehr gigantisch. Im Bar-Bistro-Bereich haben wir natürlich einen Außenbereich zum Essen. Aber hier kann man auch Kuchen zu sich nehmen, abends Cocktails, kleines Nacks zwischendurch. Und hier im Hauptrestaurant, das italienische Restaurant, hier gibt es super lecker Pizza, Pasta und italienisch traditionelle Gerichte. Hier auf der Terrasse zum Beispiel habe ich gefrühstückt mit Blick auf die Pool-Landschaft. Das war richtig schön am Morgen. Aber man kann auch drinnen frühstücken und damit eben auch schon mal zum Buffet. Es sagt es euch, das Buffet war riesengroß. Es war für jeden was dabei. Und es hat sich auch immer wieder täglich in ein paar Sachen geändert, sodass es auch beim längeren Aufenthalt nicht langweilig wurde. Bei der Auswahl gab es ganz, ganz viel verschiedene Wurst- und Käsewaren, aber auch ganz viel Brot und Brötchen, Baguettes, Croissants. Also alles, was man sich vorstellen kann. Aber auch für unsere healthy Leute gab es richtig viel Nüsse, Müslis, frische Früchte, Joghurts. Also wirklich ganz, ganz viel Gesundes zum Start in den Tag. Aber lasst uns doch einfach mal nochmal durch die Landschaft gehen und Richtung Pool. Denn diese Anlage hat drei Pool-Anlagen. Einmal für die Residenz, einmal für das Haupthaus und dann für Familien mit Kindern. Und das finde ich ja auch toll, dass man sozusagen den Kindern ein bisschen aus dem Weg gehen kann. Ja, im Spa angekommen, sieht man schon den wunderbaren, tollen Pool im Innenbereich bei schlechtem Wetter. Optimal mit Whirlpool mit dabei. Und da kann man richtig schön die Zeit verbringen. Und was sehr, sehr cool ist, wenn man mit dem Whirlpool sitzt und nach oben guckt, sieht man oben so ein Dachfenster. Ein riesengroßes Hammam bietet das Kempinski Hotel und das ist wirklich spektakulär. Also ich habe mich richtig wohl gefühlt und ich habe selten so ein schönes Hammam gesehen. Und natürlich kann man die Hammam-Rituale machen, individuell oder auch gebucht. Und in diesem Bereich ist nochmal ein extra Pool natürlich. Es wird wieder Zeit für mein Feedback und ich muss zugeben, es ist schon eines der besten Kempinski Hotels gewesen, die ich bis jetzt besucht habe. Und ihr wisst, Kempinski ist eine Marke, die liegt mir am Herzen und deswegen habe ich schon einige Häuser besucht. Aber das hier lässt keine Wünsche offen. Starten wir mit dem Service, der war einmalig, herzlich. Von Anfang an hat man sich wohl gefühlt, was auch wirklich toll ist, dass viele Mitarbeiter hier Deutsch sprechen, beziehungsweise sogar Deutsche sind. Das heißt, man kann sich wunderbar verständigen, auch für die, die vielleicht im Englischen nicht so fit sind. Was ich auch ganz besonders toll finde, ist, dass der General Manager eigentlich täglich seine Runden durchs Hotel gezogen hat. Das hat so ein Gefühl, als wenn der Gastgeber eben auch da ist, greifbar ist. Und wenn man was zahlen sollte, man eben auch mit ihm direkt sprechen könnte. In der Halbpension war inkludiert eben das Abendessen. Also die Zimmerrate ist mit Frühstück gewesen und man kann on top nochmal die Halbpension buchen. Und die würde ich wirklich jedem empfehlen. Das war toll. Ich konnte wählen, ob ich jetzt im internationalen Bistro essen möchte oder ob ich jetzt in der Trotteria im italienischen Restaurant essen möchte. Und dann kann man sich drei Gänge aus der Speisekarte aussuchen. Und das finde ich echt toll, weil einem kein Menü vorgesetzt wird. Und man kann das bestellen, was man möchte. Und das finde ich eigentlich eine ganz leckere Geschichte. Für die, die keine Halbpension buchen möchten, aber trotzdem hier im Hotel Abendessen wollen, ist das kein Problem. So eine Pizza zum Beispiel liegt um die 10 Euro. Und dementsprechend, je nachdem, Steak liegt dann bei 20, 25 Euro. Und Club Sandwich so bei 17, 18 Euro. Also für ein Fünf-Sterne-Hotel absolut normal. Da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Mir ist aufgefallen, dass online sich viele beschwert haben über die Getränkepreise. Und die kann ich nicht nachvollziehen. Also zum Beispiel eine große Flasche Pellegrino kostet im Restaurant oder auch am Pool 5,50 Euro. Also ganz ehrlich, es ist ein Fünf-Sterne-Hotel und nicht ein Supermarkt. Man kann natürlich auch hier im Supermarkt was kaufen. Aber selbst im Hotel finde ich die Preise absolut angemessen. Eine Cola liegt bei 3,50 Euro. Also voll okay. Man darf halt nicht vergessen, dass es kein Hotel Garni ist, sondern ein Fünf-Sterne-Hotel. Am Pool haben wir eben auch den tollen Service gehabt. Das heißt, es gibt diese drei Pools, wie ich schon gesagt habe. Und da gibt es eben auch Service-Mitarbeiter, die einem Getränke und Snacks bringen. Das finde ich auch ganz toll. Hat nochmal so ein bisschen Exklusivität und nochmal den zusätzlichen Service. Ich war jetzt hier in der Vorsaison und habe das Wetter richtig genossen. Die Sonne war richtig schön stark, aber mit dem Wind war das sehr, sehr angenehm. Für mich ideal, für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen frisch. Was definitiv frisch war, war der Außenpool. Aber gut, es gibt ja auch zwei Indoor-Pools. Jetzt zum ersten Mal reise ich ab und ich habe nichts zu nörgeln. Also ich war jetzt hier eine ganze Woche und eine ganze Woche lang hat alles gepasst. Das Essen war top, der Service war gut, das Hotel war toll, das Zimmer hat gut ausstellt. Und das Badezimmer war gut, das Spa war toll. Die Behandlungen, das Treatment war toll, also die Massage, die Ayurvedische haben wir wirklich toll gemacht. Ich habe mich mega entspannt, wohlgefühlt, zu Hause gefühlt schon. Und ja, ich kann gar nichts nörgeln. Das ist so ungewohnt. Normalerweise kommt jetzt immer so ein Punkt, wo ich immer aufzähle, was alles schlecht war. Aber ich habe dieses Mal nichts gefunden. Ich hoffe, wenn ihr auch mal hierher fahrt, dass es euch genauso geht. Schreibt mir gerne mal eine E-Mail oder einen Kommentar. Und denkt dran, auf Instagram könnt ihr mir immer live auf meine Reisen folgen und auch Fragen stellen. Das heißt, wenn ihr mich auf Instagram in den Insta-Stories in einem Hotel seht, was euch interessiert oder irgendetwas wissen wollt, dann könnt ihr mir einfach schreiben. Und ich versuche es in der Regel auch am gleichen Tag noch zu beantworten, beziehungsweise euch sogar mit einem Foto oder Video zu zeigen. Und wenn ich etwas nicht weiß, dann versuche ich es auch vor Ort zu erkundigen. Also gerne nochmal bei Instagram vorbeigucken. Hier habe ich es mal einfach eingeblendet. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch. Da noch viel, viel besser hier draufklicken und abonnieren. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dort oben habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Also einfach mal reinklicken. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.